Die russische WM-Party steuert auf ihren nächsten Höhepunkt zu. Der Gastgeber trifft am Sonntag im Achtelfinale auf Mitfavorit Spanien. Eine echte Mammutaufgabe, doch mit der Unterstützung der Fans soll der erste Sieg für die Spornaja seit 1971 gelingen. Die Spanier um Bayerns Star Thiago sind gewarnt. Wir spielen gegen die 1.000 Russen, nicht gegen die 1.000 Russen, gegen die 1.000 Russen, gegen die 1.000 Stadion. Hinzu kommt, dass der Weltmeister von 2010 bisher noch nicht überzeugte. Nach dem plötzlichen Trainerwechsel unmittelbar vor Turnierbeginn läuft die gefürchtete Passmaschine noch nicht wie geschmiert. Unterstützung erhalten Ramos und Co. von höchster Stelle. König Philippe wird bei der Partie auf der Tribüne sitzen. Spanien will zum Partyschreck werden. In Russland hofft man auf das Mirakel von Moskau.